Und es geht weiter in Hugo Classic Nimo 3, und zwar den Hugo Season 2, und zwar mit dem letzten Part von allen der Schlitten. Ja, und dann ist es leider auch zu diesem Tour jetzt beendet, also wollen wir uns jetzt noch einen drauf geben, und zwar auf den Schlitten. Drei rasante Schlittenfahrten, hu, der Troll kann's kaum erwarten. Ja, Asser Asser hier. Oh, wieder Asser Asser. Ich finde das Ding immer so niedlich, ich siehst das Asser hier jetzt. Prost! Ja, ich spüre den Schneemann. Und Asser. Und Asser. Und Hepper und jetzt geht's zur Schneeballschlacht. Wichtig ist, ihn treffen. Bei 5 Öfen. Zack! Ordentlich treffen und nicht das Schild. So, du hast dann wieder einen abbekommen. Ja, ich ergeb mich so, könnte man das meinen, dieses Schild. Zack! Du kriegst ordentlich einen auf die Fresse, du böser Biber. Meinst uns immer abschwerfen zu müssen. Zack! Ja, das ist das Auto hier. Ordentlich die Rache und die hat gesessen alle. Alles hat funktioniert. Aber trotzdem will er uns weiter abschwerfen. Das war der grünen Sagma. Und wieder Asser-Teil. Knaukul, Knaukul, Knaukul! Und wieder Asser-Teil. So, guck mal, wenn er auf den Tag kommt. Kennst du wieder nach dem Schneeball-Clo kommt? Wieder Asser-Teil. Komm, Schweeball. Ups. Asser-Teil-Teil. Und wieder Asser-Teil. Wo? 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 Und... Jawoll! Schliessler Schlittenchimp! Huru, dein Troll findet dich toll! Jawoll! Damit haben wir es gepackt und... Ja, zum Schluss das Spiel, was wir am meisten krank haben. 14. Ihr wärt's wohl zischen und auch krachen, doch Hugo will's jetzt trotzdem machen! So... Ja, ist aufregend. Ja, super! Ha, Samme! Hugo, Kek und Troll hat noch längst die Nase nicht voll. Ja, da kam genau der Blitz auf dieses Feld. Mal, mach mal das auf her! Hugo, Tüßn-Troll finde dein Ergebnis toll! Trotz dass es nur einmal gefehlt war. Aber wir hatten nur ein Leben. Ja, 2.100 Punkte. Das ist doch mal eine ordentliche Abschlusspunktzahl nochmal. Damit geben wir uns unsere Nerven ein. Ja, und damit hätten wir es geschafft mit der Schlittenfahrt, das letzte Spiel. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, die ganze Kucko Season 2 Staffel. Ja, und ich hoffe, dass wir auch unsere anderen Projekte, nämlich Minecraft oder was, was ich kucken tut. Ja, und an dieser Stelle wirklich sehr vielen Dank, Sankt vor allem. Ich glaube, das war total daneben, aber mein Englisch, mein Englisch is not good. Also, ja, auf jeden Fall, es war wie immer klasse und man sieht sich dann irgendwann wieder. Also bis denn, tschau.